und damit hallo und servis liebe leute willkommen jetzt wieder zurück zu der spartinia star wars squadrons im neunten relativ sehr kleinen stream weil ich heute relativ spät dran bin kurz vor dem together neue run in dead rising genau aber egal ein bisschen laut können wir dennoch machen weil ich werde es noch mal probieren hier mit den flottenkämpfen gegen ki mit dieser 50.000 schadenstrophe hier die wir da machen muss am besten soll man da probieren mal aus ob der buckler funktioniert auch die riebe auf die neue republik normal so und da mal das beste hoffen dass es funktioniert namen silo tat ratio so oft die stelle funktioniert wäre natürlich nice so den nemer standard laser hammer eben auch rektor machen reparatur rein ja und hier war es eigentlich wurscht das passt 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 wo ach klar dach bärchen dach holger nee wozu halbe stunde ist das wie gar nichts so und dach bärchen naja chillen ja und ich hab wieder chillen da bin ich wieder auf den sofa ein ja genau nee 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 das müsste jetzt sein dann mal auf die stelle die was probieren hier und dann ist gut Wer ist bereit? Vengard 1 ist bereit. Vengard 5, ich warte. Hier spricht Vengard 4, stehe bereit. Hier spricht Vengard 3, stehe bereit. Hier ist Vengard 2, ich bin bereit, Flisha. Der Sterium greift unsere Star-Hawk-Basis an. Halte die Regierung an unserer Flasche fern und bremte den Sternzerstörer nieder. Ich hoffe, dass alle bleibt angeknallt. Wut? Hey, 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 hey. Hey. Ah. Ai, ai, ai. So, Sönski und GZ, na? Ja, sag mal. Ah, scheiße. Blöder Dreckskreuzer. So, den Rest habe ich jetzt schon, glaube ich. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Was ist das? Ja klar Hanski, dass du dann nur mit dem Lichter-Counter logisch eingeloggt bist, weil was jetzt so stark dann aussieht dann auf jeden Fall, ja. Was würdet ihr bloß ohne mich tun? Nein! Weggetan! Ja, das ist schon mal zu, Player. Okay, wir haben ihren Kreuzer fast ausgeschaltet. Ja, das ist schon mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Schwer ist der in Vanguard? Äh, ja. Ja, ich skid immer. Oh, die schwerste Trophin-Vengard. Ja, eigentlich schon das mit dem, äh, na, Silence Kill, sag ich jetzt mal, also diese Hinterrücksdinger. Das ist eigentlich am ehesten von uns, schwer war die jetzt auch nicht. Ja, das ist eigentlich am ehesten. Du schuldest mir was, thank God, fear. Es ist schön, Rückendeckung zu haben. Ja. 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 Danke. 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 Kah, Offen. Naja. Könnte funzen. ach so je fahren jetzt auch noch früher oder war toll ich bin nicht Und da war es die Kampfsstein. Ah, also Stefan, wie fandest du das, weil das sind wir nämlich auch für nächstes Jahr und überlegen, ob wir da hingehen, zu dem im Allgäu. Ah, ja, das wäre aber der Hauptgrund, was da hingehen. Ja. 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 Wo müssen da diese Bombe hin? Wuppeler! Was ist da hinten? Perfekt, nicht genau. Oh Mann. Was ist da? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai ai, 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 ai Ja. reicht verrückt mit man muss ja aufpassen ja wie dass wir den schornzerstörer aussehen hier in die luftjagen wo denn wo ist der bomber hat er nicht mehr mal ausschlag du schrei die sprüche alter das ist der stanzerstörer fast da und ja scheiße rückzug war perfekt Oh, das war ganz schön eng. Ah, ist der Bomber. Ah, Racer. Ah, Racer. Ah, Racer. Hilfe ist unterwegs. Der F770 hat keine Schäden mehr. Gut gemacht. Ich komme hier aus. Ich hoffe, dass ihr ein Bedeut. Ich bin ganz sicher. Ich frage mich. Dann können Sie nicht mehr firsten, wenn Sie die Racer-Arch-Arch-Arch-Arch-Arch-Arch-Arch-Arch-Arch. Was ist das? Oh ja. Ah, das war es jetzt eh gleich. Hm. Das war da wohl nichts. Die Triebwerke glühen. Ich bin unterwegs. Ja. Gute Arbeit. Das ist ein weiterer Sieg für die neue Republik. Ah. Ja, viel Spaß, der Fisch. Viel Spaß im Urlaub. Genieß die Tage. Da hat er nicht so viel. Ja, ja, ja. Viel Spaß dir. Na, 28 Kills. Ja, ich glaube, neun Dosenjägerschaden fehlt noch. Na, naja. Aber wir müssen schon mal neue Rekorde. Hm. Wir haben doch noch einiges hier. Gerade. 41.000, also 8,9 Kills mehr. oder 4 Bomber. Oh, weil, klar geht mir nur der eine, wenn nur einer mit Bomber ist blöd. Als Gegner. Na ja, so, jetzt haben wir ja eh Zähne. Versuch war es wert. Das ist vielleicht hier irgendwie eine Hinhaule oder so. Dann lassen wir uns gleich wieder gut sein hier mit Squadrons. Jetzt schwecken wir ja eh um hier auf. Äh. Alles funktioniert auf der PS5 besser als auf der 4er. Das ist schneller und so. Ah, genau. Dann schwecken wir jetzt hier auf Dead Rising. Schauen wir da mal rein hier. Mit den anderen zwei Freaks wieder. Und dann sehen wir schon. So, es ist soweit euch für Zuschauen, was hier das Squadrons betrifft. Und in meinem Fall hier halt. Bis gleich bei Dead Rising.